Ein herzliches Grüß Gott in der Ökonomie der Menschlichkeit bei unserem Zoom heute. So viele Gesichter haben wir noch nie da gehabt. Schön, bekannte Gesichter Elisabeth Gelinek. Hallo. Schön, 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 Johanna, die bei uns im Büro wirkt. Ja, lauter entspannte Gesichter. Es ist ja wirklich faszinierend. Da sagt man, die Welt ist im Wandel, alles ist hektisch. Ich sehe das da jetzt ganz anders. Ja, zu besonderen Anlässen, eine besondere Kleidung, das ist das, was mir wichtig ist. Und vielleicht ganz kurz als Einleitung ein bisschen im Hintergrund, wie hängt das zusammen? Wir haben ja wegbereitende Unternehmen, haben eine Wanderung gemacht über 888 Kilometer und den Weg haben zehn besondere Unternehmen gemacht eigentlich, vorgegeben. Und der ist von Kumpelskirchen bis Spital in der Trauge, hat der geführt. Und einer davon ist die Schneiderer Wimmer in Schledorf, in der achten Generation. Und der hat mir gesagt, 85 Prozent der Kleidung wird nach einem Jahr weggeschmissen und die machen fantastische Kleidung. Und das ist ein Stück von Ernan. Und das Schneiderhandwerk ist am Aussterben. Das könnte sich aber wandeln insofern, weil diese Schneiderei Wimmer eine Wimmer-Akademie gegründet hat. Und da gibt es eine ganze Menge Teilnehmer, die wirklich agieren, die sich etwas einfallen lassen. Und das steht auch, glaube ich, für die menschliche Zukunft, dass man sagt, wo sind unsere Chancen, wo ist unser Scheidungsmerkmal. Die Menschlichkeit hat ein Gesicht und das ist sicher ein ganz riesiger Vorteil gegenüber globalen Unternehmen, die nur auf Erdwag ausgerichtet sind. Zum heutigen Tag, zum heutigen Abend, für uns ganz besonders, denn ich habe immer so geschaut, einen Wirtschaftsprofessor zu finden, der für die neue Wirtschaft steht. Und da ist er zurückgekommen, ja, wir sollten den Menschen entkoppeln, denn künstliche Intelligenz ist einfach der Zeitgeist und der Mensch soll etwas anderes machen, aber nicht in der Wirtschaft. Das passt irgendwie nicht zusammen, es ist immer Ausgabe, er kostet Geld. Das war teilweise frustrierend und Matthias Stolz ist schon eine Zeit lang, ein Botschafter bei uns durfte ein Interview machen. Und das Buch, Gespräche mit einem Baum, war dann der Anlass, wo man sagt, naja, was ein Baum mit Wirtschaftsturm, es geht um feinstoffliche Dinge. Und das Buch hat mich fasziniert und hat Matthias gebeten, dass wir so einen Online-Impuls einmal machen und sagen, ja, was macht denn das Leben aus? Was ist Menschlichkeit? Brauchen wir die Wissenschaft? Gibt es mehr? Und Matthias hat gesagt, sehr, sehr gerne. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Ja, was bist du? Unternehmer, Gärtner des Lebens, gefällt mir zum Beispiel so gut, ganz, ganz vielschichtig. Du erfindest ja immer wieder neu, du hinterfragst Dinge. Es macht wirklich ganz, ganz große Freude, dich heute da zu haben. Ja, freu mich auch. Sehr schön. Volles Haus, großartig. Schön. Interessant. Oder vielleicht noch kurz zum Ablauf. Wir haben einige Fragen im Vorfeld gekriegt, auch wir haben Fragen. Und wenn sie es einfach in den Chat schreibt und wir dann einfach rausfiltern, ein bisschen zusammenfassen und dem, den Matthias dann in dem Sinn stellen. Wir sind ein Fan davon, einen offenen Raum zu lassen. Das sehen wir immer wieder bei unserer Wanderung, dass man nicht genormt vorgeht, sondern einfach schaut, was in dem Sinn entsteht. Und das macht es dann lebendig. Das ist auch der Geist derer, die da sind. Und so, wenn wir es angehen, eine Frage vielleicht einleitend, Matthias. Ich durfte ein Interview machen mit dir und du hast gesagt, Irritation ist die Mutter der Innovation. Und jetzt haben wir ja eine ganze Menge an Irritation. Kommt dem noch auch viel Innovation? Ja, absolut. Also ich glaube, dass so viel Innovation kommen wird, wie wir noch nie gesehen haben in den derzeit lebenden Generationen. Weil ich das für naturgesetzlich halte. Also viel Irritation, viel Innovation. Wenn es zwickt, dann will was Neues rein. Das ist so wie als dreifacher Vater, sage ich, wie im Kreißsaal. Selten ist im Kreißsaal irgendwas, wir stehen ja ein bisschen neben den Schurch dort und sind seltsame Assistenten, haben keine große Rolle. Aber wir können ja beobachten und beobachten zum dritten Mal dort schon länger her, dass da nichts Neues auf die Welt kommt ohne Spannung und ohne Zwicken. Also das Neue braucht das Zwicken, die Spannung, mitunter auch die Krise, um sich vorzustellen. Das ist die Einladung. Also nicht draufzuschauen, ah, schon wieder Krise. Sondern sagen, ja, erstens ist es so. Zweitens, Hinweis, hallo, da will was Neues ins Leben. In meines, in unseres, als Gesellschaft. Also genau hinschauen. Will ich das reinlassen oder nicht? Also nicht automatisch reinwinken, sondern die Frage, also die Achtsamkeit hochfahren und sagen, aha, da klopft was an. Genau hinschauen und dann sagen, ja, bitte heiter, weiter oder komm rein. Zum Thema Ängste werden wir sicher noch kommen, Matthias. Wenn ich eine Frage aus den Büchen nehmen darf, Seite 2 oder 1, habe ich mal notiert. Sehr interessant, wir können nur in der Verbundenheit existieren. Und jetzt sagt der Felix Gottwald, der ist ja einer unserer Mentoren, wir sind voneinander abhängig gewesen. Das mag schlecht klingen, aber worin wird da die Chance liegen, wenn wir die Zusammenhänge, die Verbundenheit erkennen? Ja, dass wir alle eins sind, also ich finde mehrere Gesichtspunkte. Einerseits, wir sind in Wettbewerb geboren und in Kooperation. Also ich bin nicht von der Abteilung, die sagt, wir müssen nur den Wettbewerb abschaffen, dann wird alles gut. Weil es einfach nicht sein kann, wir kommen, wir sind außerzeitliche Wesenheiten. In meinem Verständnis, die da auf diesem Planeten kommen, werden in Raum und Zeit gebunden. Damit in Endlichkeit. Daher kommt der Wettbewerb, weil ich kann nicht alles sein und tun auf dieser Welt. Also ich kann nicht alle Berufe haben, ich kann nicht alle Länder besuchen, ich kann nicht beliebig viele Paarungspartner ausprobieren. Oder wenn man es ein bisschen rosiger formuliert, kann man sich auch nicht in alle verlieben. Also ich bin, und wenn ich glaube, ich verliebe mich in alle, werden die anderen entscheiden, dass es nicht so ist. Das ist auch Wettbewerb. Das ist das eine. Es geht darum, den Wettbewerb, dem auch Regeln zu geben, den zu kultivieren, so wie wir es im Sport zum Beispiel machen. Und das andere ist die Verbundenheit. Auch eine Conditio Humana, eine Grundbedingung des Menschseins. Wir sind ein radikal sozialer Wesen. Wir können alles nur manifestieren als Gemeinschaft. Also keine Ahnung, mal eine Mona Lisa und vergrab sie im Wald. Das ist kein künstlerischer Schöpfungsakt. Selbst dieser findet nur im sozialen Kontext statt. Sonst ist das nicht passiert für uns als Menschen. Radikal sozial. Wir brauchen einander. Alles Große haben wir nur miteinander gemacht. Vom heiser Bauen über auf den Mond fliegen geht nicht allein. Ich glaube, die Naturgespräche mit einem Bauen bezeichnet es ja auch sehr schön. Dieses ineinander wirken, abhängig sein und gemeinsam was gestalten. Das ist auch der Zeitgeist. Und der Zeitgeist hat, hören zwar Leute oft nicht gern, wenn ich das sage, aber viel mit dem Weiblichen auch zu tun. Das heißt, der Jäger, der Sammler und die Frau, das Weibliche, das Verbindende ineinander wirken, das zusammenfügen. Und jetzt rennt da wir zwei Männer. Wo will ich jetzt ändern, Matthias? Es ist Barbara Schistl noch dabei. Barbara Schistl ist Coach, Naturheiltherapeutin. Barbara ist ein riesen Geschenk für uns, begleitet uns als Organisation in einem Prozess. Und Barbara, sei so lieb, wenn du dem Matthias ein paar Fragen stellst. Die werden jetzt vielleicht aus ganz einer anderen Richtung kommen. Ich versuche jetzt mal aufzugreifen, was du schon gesagt hast, Matthias. Und das war so dieses Spannende, die Geburt mit reinzubringen. Und gleichzeitig hast du es jetzt dann weitergeführt über diese Autonomie und Symbiose, die ja uns Menschen ausmacht. Wir haben dieses Bedürfnis nach Autonomie. Und genauso, wie es du bezeichnest als radikale Verbindung oder da in diesen wirklichen sozialen Wesen, diese radikalen sozialen Wesen, die wir sind, in der Symbiose zu agieren. Und was hat das mit Unternehmen zu tun? Also wie ist ein Unternehmen möglich, dieses Ich im Wir zu leben und nicht im Wir zu verschwinden oder aufzugehen? Das ist, finde ich, immer wieder eine Herausforderung oder das ist das, was ich immer wieder beobachte, dass dann alles im Wir und dann muss alles gleich sein. Stimmt aber nicht, sondern es gibt ein Ich im Wir. Ja, oder es ist nur Ich als Organisation, die halt rein profitorientiert ist und damit auch sich abkapselt und sagt, die anderen sind nur Mittel zum Zweck, um den Profit zu erhöhen. Also ich habe ja mit der Föhre das Buch geschrieben, das ist ja tatsächlich eine Co-Autorenschaft für uns zwei. Und das war eben mehr als ein Selbstgespräch. Ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, weil manche sagen, naja, hast du ja das Selbstgespräch geführt und dir das einbildet? Ich sage, naja, ich kenne auch Selbstgespräch, aber hier ist eine Persona in mir aufgestanden. Ich habe auch tatsächlich 80 Prozent am Fuß oder am Baumstamm gelehnt, oben im Wald bei der Föhre geschrieben. Und das war ein Dialog und würde nicht zu diesen Erkenntnissen kommen im Selbstgespräch. Und die Föhre sagt halt, ja, ihr seid schon sehr eigene Wesen. Wir sind uns irgendwie einig, dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind. Das ist vermessen, dass das der Mensch von sich geglaubt hat. Aber wir sind sehr eigentümlich in vielerlei Ausstattungen. Wir haben den freien Willen wie kein anderes Wesen, weil wir auch eine ganz eigene Form und ein eigenes Level an Bewusstheit haben. Das heißt, wir haben, anders als bei mir, den freien Willen, wir können uns zum Beispiel mobil bewegen, aber wir können auch Entschlossenheit formulieren. Und dann gehen wir in Pläne und dann setzen wir es, also wir können in die Zukunft blenden und dann gehen wir in Umsetzungen. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass wir das, die Spezies sind mit dem größten Level an Gefühlen. Und Gefühle finden zwar im Ich statt, natürlich auch im kollektiven Raum als wir, gemeinsam Gefühle wahrnehmen. Und hier verschwimmt ja auch dieses Ich mit dem Wir. Also es gibt keine andere Spezies, die sich zum Beispiel Fußballtickets kauft. 90 Minuten, eigentlich kauft man so ein Fußballticket nur, um 90 Minuten Gefühle zu kaufen. Und zwar im ganz, also es gibt es nicht beim Baumarkt im Kübel, 50 Liter Gefühle, sondern das gibt es im Stadion, weil da kaufe ich Traurigkeit, Wut, Aggression, Freude, Euphorie, alles in einem und dann noch alles mit Netz, weil ich weiß, ich kann nicht abstürzen, weil nach 90 Minuten ist es vorbei. Keine andere Spezies. Und offensichtlich ist das aber auch, wir können diese Gefühlsintensivität nur im Wir erleben auch. Also es ist ja so, allein auf der Insel ist vielleicht die ersten zwei Tage entspannend und schön und wenn du dann Gewissheit hast, du bleibst alleine, dann ist das ganz schwierig Freude zu empfinden, befürchte ich als Mensch. Und die Wirtschaft, in kürzere Antworten, gar mal ausgemacht. Die Wirtschaft ist erfunden meines Erachtens für die Menschen, von den Menschen für die Menschen. Und dort, wo wir es umkehren, wird es pathologisch, wird es krank, ververtiert sich die Idee der Wirtschaft. Nämlich, wenn die Menschen für die Wirtschaft da sind, ist Grund falsch, sondern die Wirtschaft ist von uns erfunden für uns. Warum? Weil wir zwar außerzeitliche Wesen sind, aber durch unsere Vergänglichkeit und Einbettung in Raum und Zeit auch in die Materie gebetet sind. Wir sind auch materielle Wesen, wir haben materielle Bedürfnisse. Das fängt mit der Ernährung an und geht über das Dach, über den Kopf. Das hat alles sofort mit Materie zu tun. Und die Wirtschaft ist der Kreislauf der Materie, die wir dann erfunden haben, indem wir tauschen. Du gibst mir das, ich gebe dir das und das ist Wirtschaft. Und dann haben wir das Geld erfunden, die hebt den Tausch in eine abstrakte Ebene. Ich gebe dir Geld und du gibst mir was zurück. Und das nennen wir Wirtschaft. Und das ist ein eigentliches Wirtschaft, ein Entfaltungsakt. Also die Ureinwohner von Nahseeland haben ein Synonym für Lernen. Die sagen, Lernen ist das Äquivalent von Geben und Nehmen. Und ich glaube, dass eigentlich Wirtschaft ein Entfaltungsakt ist im Sinne von Lernen. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Dann haben wir es mit Geld quasi auch abstrakter und damit wird es flüssiger natürlich. Ich muss nicht immer genau das haben, was du brauchen kannst, sondern ich gebe dir einfach Geld und du kaufst dir, was du brauchen kannst. Ja, und verhängnisvoll wird es dort, wo es nur noch um den Profit geht und dort entkoppeln wir uns vom Wir, das eigentlich in der Wirtschaft angelegt ist. Dort kann es in die privatierte Ich-Obsession gehen, des einzelnen wirtschaftlichen Akteurs oder der einzelnen Unternehmung, die nur noch Ellenbogen. Das war nicht die Erfindungsidee. Es ging um Austausch. Und gleichzeitig, wenn ich in einen Austauschakt gehe, sind zwei Identitäten hier miteinander in Beziehung und erkennen sich. Ich sage, das ist die Barbara mit ihrem ganz spezifischen Profil. Du bist anders als ich. Also zwei Systeme treffen sich, können auch zwei Unternehmen sein, die sich erkennen in ihrer Einzigartigkeit und sagen, und wir gemeinsam gehen jetzt einen weiteren Schritt in Entfaltung, indem wir uns austauschen. Hier findet sich das Ich im Wir und und. Die sich hier dann ergänzen, so wie es auch die Ökonomie der Menschlichkeit lebt, Georg. Wie siehst du das, wenn du so bedenkst, Ökonomie der Menschlichkeit mit dem, was der Matthias jetzt erzählt hat? Dieses Ergänzen, dieses Miteinander, dieses Ineinander. Ich merke halt ganz klar, dass es mit diesem Druck, jeden Tag leicht zu wiederholen im Unternehmen, wenig Perspektive ist für Räume, die dahin führen. Und wir haben es gesehen bei dieser Wanderung, die, die dabei waren, beim Gehen, das sind ganz andere Entfaltungsprozesse, als wenn du im Unternehmen bist. Das ist total an der Zeit, weil wir sehen ja auch bei den Unternehmen, die bei uns an Bord sind, die finden es ja immer wieder neu, aber die schaffen es ja Räume. Also was für uns schon die Frage ist, ist, wie schaffen wir es wirklich, Neues zu kreieren? Weil das entsteht nur, wenn ich einen Raum schaffe und das sehen wir halt immer wieder. Und Matthias, wenn ich da jetzt kurz auf die Fragen schaue, du hast ja eine Frage, die in die Richtung geht. Und du schreibst da, ich habe mir sogar die Seiten dazu geschrieben, Seite 115, ohne Entscheidungsfähigkeit keine Handlungsfähigkeit. Und ich merke einfach, dass die Entscheidungsfähigkeit immer weniger wird bei vielen. Und somit keine Handlungsfähigkeit, sprich etwas Neues zu tun da ist. Magst du da, wie kann man das lösen? Also wir wissen da haben wir ja viel, aber was könnte jetzt eine Lösung sein, dass man diese ganze große Chance dieser 450.000 Unternehmen in Österreich, wir haben die gemeinsam die größte Wirkkraft, dass wir da wirklich in die Gänge kommen und uns eben über die Menschlichkeit zeigen. Also konkret, die Entscheidungsfähigkeit, wie können wir die wieder finden, damit wir in die Handlungsfähigkeit kommen? Ja, das ist eine riesige Herausforderung für uns, weil wir Kinder der Post-Post-Moderne, wir haben so viele Möglichkeiten wie nie zuvor in der Geschichte unserer Spezies. Also ich habe viel mehr Möglichkeiten als meine Elterngeneration. Meine Kinder haben schon wieder mehr Möglichkeiten als ich. Also ich bin mit 18, mit 17, so am 18. Geburtstag zum ersten Mal ein mehr gewesen. Da lachen es dir halt aus, die Mittelschüler oder Gymnasiasten und sagen, aha, du bist ein bisschen ein Opfer vom Leben, wenn das so spät passiert ist. Und ja, dafür müssen sie natürlich, sind sie viel mehr in der Qual der Wahl. Ich habe zwei Fernsehsender gehabt mit zwölf, meine Kinder haben mit zwölf eben von Radio Maria bis Pornhub täglich Millionen Fernsehsender, mit elf schon. Das ist verrückt und das knallt viel an die Wand. Ins Burnout, halbe Million in Österreich schon vor Corona, latent oder Manifest im Burnout und jetzt sind ein paar Hunderttausend mit Depressionen dazugekommen, weil wir diese schiere Wucht der Qual der Wahl nicht aushalten. Und das haben wir beforscht schon vor Corona und vor meiner politischen Phase mit der Uni Wien-Diagnostik, mit der Psychologie Uni Wien, und haben gesagt, was hilft uns, entscheidungsfähig und damit handlungsfähig zu bleiben in dieser verrückten Welt, in dieser volatilen, unsicheren, komplexen, ambivalenten Welt. Fünf Dinge rauszukommen, erstens Identität, also wisse, wer du bist. Zweitens Beziehungsfähigkeit, Beziehungen halten und gestalten können. Drittens Signalresonanz, die Fähigkeit, früher leise Signale zu hören, zu verstehen, auf deren Basis auch entscheiden zu können. Viertens die Ambiguitätstoleranz, Widerspruchstoleranz, also Widersprüche auszuhalten. Und dass die nicht an die Wand knallt durch die ganzen Widersprüche, die da jeden Tag da sind, allein während Corona oder jetzt während diesen Kriegsberichtzeiten für uns, jeden Tag fünf Widersprüche. Und das fünfte ist Resilienz, die Fähigkeit, wieder aufzustehen nach Niederschlägen. Das Schöne ist, alle Fünfe kann man trainieren, wie der Arnold Schwarzenegger, sein Oberarm. Jeder hat eine andere Grundausstattung, aber Diego Maradona hat super kurze Füße gehabt und wurde Weltfußballer Nummer eins. Hätten wir ihm das mit 17 fotografiert und gesagt, du hast die ideale Grundausstattung für einen Weltfußballer, hätten wir gesagt, du bist 30 Zentimeter zu kurz, dann wirst du keinen Meter haben. Also wir können es trainieren, wir können es üben, wir sind eingeladen, es zu üben. Machen wir das, machen wir das absolut. Ich denke mal, wenn man jetzt wieder fragt, wie kommen wir aus diesen, die Erkenntnisse sind ja da. Ja, Harakos, ein Philosoph ist auch dabei. Wir wissen so viel und tun so wenig. Das ist hochinteressant und das Thema Angst spielt sich ein ein. Und du zitierst auch Viktor Frankl, der sagt, wir sollen uns den Ängsten stellen. Und eine Aussage von dir, Matthias, oder das beschreibst du im Buch, den Angstgarten in einen Schatzgarten verwandeln. Das ist ein ganz wunderschönes Bild. Wie schaut so ein Schatzgarten aus? Wie kann ich den Fokus von Angst in den Schatz richten? Na schön, mit dem Harald habe ich heute schon gemailt. So treffen sich die Wege. Servus. Ja, die Angst ist, wir sind Gefühlswesen, ganz stark, wie keine andere Spezies. Zeig mal irgendwo eine Spezies, die so viele Gefühle hat wie wir. Es sind Hundegefühle, das hätten wir vor 20 Jahren gesagt. Nein, heute ist das eher anerkannt, dass es auch andere Tiere gibt, die Gefühle haben, aber nicht so intensiv wie bei uns. Und die Angst ist natürlich sehr spezifisch menschlich auch, dass sie uns so reiten kann, so unglaublich. Und wir koppeln sie dann mit unserer Fantasie. Wichtig ist, so wie die Krise, ist die Angst eine super Türsteherin. Die Angst sagt uns, hallo, da ist was. Also hättest du keine Angst, würdest du dir munter bei Rot über die Straße gehen und so weiter. Also die Angst, Achtung, könnte sein, dass ein Auto kommt, schneller auch noch. Und das bügelt dir nieder, stehst du nicht mehr auf. Und dann schaue ich nochmal genau besser. Und vielleicht warte ich, bis es grün wird. Aber wenn links und rechts nichts kommt auf 300 Meter, dann verschwindet die Angst. Und du gehst in die Entscheidung und machst dein Ding. Wichtig ist, dass die Angst eben, dass ich sie begrüße, wenn sie kommt. Also wir versuchen, diesen Reframe in Coachings zu üben. Wenn jemand sehr viel Angst hat, kannst du ja, wenn du ums Eck schierst, kannst du ja, gibt es so Situationen, wo du weißt, jetzt kommt sie wieder, sagen die meisten, ja, ich habe eine klare Situation vor dem Kopf, vor dem geistigen Auge. Dann kannst du dir eine Form geben. Das können die Leute in der Regel. Ist eine Dreizack oder ist eine Kugel. Kannst du dir eine Farbe geben. Ja, ist eine schwarze Kugel. Okay, dann kommt die schwarze Kugel. Das Erste wäre so, dass du sie begrüßt und sagst, hey, schwarze Kugel, ich bin's, die Andrea. Also, weil ich die Andrea gerade sehe. Schöne Grüße, wohin auch immer. Dass sie nicht sagen, oh, schwarze Kugel, ich will dich zerstören. Ich muss mich befreien von dir. Nein, die schwarze Kugel kommt ungefragt. Weil Angst ist vor allem eines menschlich. Also sage ich, also ich tausche den Bilderrahmen, dasselbe Bild, schwarze Kugel. Ich sage nicht, du bist ösch und du tust mich schon wieder bisacken, sondern sage, hey, schwarze Kugel, schon wieder du. Du bist der Ausdruck vor allem von einem, ich lebe noch. Also du bist Ausdruck meiner Lebendigkeit. Ich bin Mensch, offensichtlich. Erste gute Nachricht. Wenn du mal überhaupt keine Angst mehr hast, dann musst du dich fragen, lebe ich noch. Zweitens, was willst du mir mitbehalten? Was ist deine Botschaft? Ich werde gut zuhören, liebe Angst, liebe schwarze Kugel. Und dann musst du wissen, dann schicke ich dich weiter wieder. Also gleichzeitig, ich schicke dich weiter einerseits und ich setze dich auf meine Schulter, in mein inneres Team da, ja, von Schulz von Thun, kann man googeln, inneres Team. Da sitzt zum Beispiel bei mir die Angst und dann sitzt mein toter Papa und dann sitzt mein Bandschein im Vorfall. Ich habe verwegene Teammitglieder, die alle sich ins Zentrum bewegen, ab und zu mir Dinge erzählen. und ich begrüße sie immer sehr freundlich. Ich sage, schön, dass du da bist. Was willst du heute mir vermelden? Und dann ist aber irgendwann auch der Punkt, wo ich sage, danke, Botschaft verstanden und jetzt zurück ins Glied. Oder tschüss, heute, weiter. Du bist hier nicht Pilot des Lebens. Ich bin nicht dein Passagier. Ich bin nicht den ganzen Tag Passagier meiner Angst. Das ist ja Elend. Das ist ja unwürdig für einen Mensch. Also ich bin Pilotin meines Lebens. Pilot, sagt dir Andrea, und du bist der inneren Teammitglied von mir. Und ich weiß, ab und zu wirst du wieder umgefragt kommen. Deswegen sitzt du auf meiner Schulter, weil du hast hier meinen Respekt. Im Augenwinkel sehe ich dich immer, weil ich weiß, du kommst dem, wenn du willst. Ich kann dich nicht vernichten, nicht verbannen aus meinem Leben. Aber du musst eines wissen, du wirst hier nie Reiseleiterin werden. Du bist da. Und vielleicht. Barbara, bitte. Und jetzt wissen wir, dass die Angst aber auf uns klebt, des Öfteren, wie eine zweite Haut. Ja. Die ist so eng, die ist wie die zweite Haut, die ist da. Und auch gerade in Unternehmen, in der jetzigen Zeit. Und ich spreche es bewusst so aus, in diesen Krisenzeiten, in dieser Herausforderung, wo wir nicht wissen, wo es hingeht und wo es lang geht. Und ich verbinde es immer mit dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide. Du hast Schulz von Thun genannt. Stimmt. Und auch die Bedürfnispyramide zu sehen, wo es um diese Grundbedürfnisse geht, die definitiv defizitorientiert sind. Aber was mache ich denn? Die sitzt da. Okay, ich habe sie. Ich weiß, ich bin nicht meine Angst. Und trotzdem merke ich, wie sie dann sich immer wieder zeigt. Ja. Sie kommt, ich weiß nicht mehr, wie ich vielleicht in meinem Unternehmen Mitarbeiterinnen weiterbeschäftigen soll, weil ich da auf dieser untersten Stufe bin und gar nicht mehr oben hinkomme. Hey, was ist denn der Sinn und die Vision eigentlich, die ich mal hatte oder die ich habe für mein Unternehmen? Was ist denn da deine Methode oder die Möglichkeit? Wie kann man denn damit umgehen? Weil die klebt ja an mir. Ja, ja, ja. Ich habe zwar die Kugel, aber die ist einfach da. Die ist da. Was machst du? Dann erzähle ich mir eines. Was würdest du machen? Also was ich mache, weiß ich ganz genau. Ich bin verbunden mit dieser außerzeitlichen Wesenheit, wie es du nennst. Ich bin verbunden mit dem Geistigen. Und ich habe in meinem Leben einfach gelernt oder einfach manchmal auch schwierig gelernt, dass es die Herausforderung ist, dass das Denken dem Herzen dient. Und niemals andersrum. Und wenn ich mit mir selbst und meiner Herzenswahrheit verbunden bin, das ist meine Methode, dann ist Angst kein Thema. Dann weiß ich, dass sie was loslassen darf, muss, dass das mit Traurigkeit verschiedenen Dingen verbunden ist, dass sie vielleicht die Firma des Unternehmens verwandelt, eine wirkliche Verwandlung erfahrt, da die Wurzeln dranbleiben und nicht Change-Prozesse oder sonst was dergleichen, sondern eine Wandlung, eine Verwandlung. Und da ist für mich dann keine Angst mehr da. Schön. Und das geht auf einer personalen, auf einer individuellen Ebene und auch auf einer unternehmerischen Ebene. Sowohl als auch für dich. Genau. Du würdest also auch die Erfahrung... Ja, als Systemiker würde ich auch sagen, es ist sowohl personal als auch organisational gelten, die selben Logiken und Regeln, also wie russische Puppe, weil beide sind Lebewesen. Auch eine Organisation für uns als Systemiker ist ein Lebewesen, kann sterben, hat Bedürfnisse, ist zur Entfaltung gerufen, kann abreifen. Und ja, sehr ähnlich, ich hätte andere Worte, würde aber dasselbe tun. In meinem vorverletztes Buch, Sei Pilot, Pilotin deines Lebens, da steht ein Modellpart in dem ganzen Buch, nämlich die High Five der persönlichen Entfaltung. Auch auf der Organisationsebene so. Und das hat fünf Schichten. Bewusstwerdung, loslassen, dritte Schichtung ist mit dem inneren Ort, mit der Berufung in Verbindung gehen und das wäre genau dieser Punkt, wenn ich unter Bedrängnis komme, im Hier und Jetzt, in Raum und Zeit, dann bin ich eingeladen, Zuflucht bei mir selbst zu finden und zwar in meiner Essenz, im Kern meiner Wesenheit. Und das wäre, Otto Schama, MIT, also wissenschaftliche Währung, spricht vom inneren Ort. Landläufig würde man sagen, das Herz und die Stimme deines Herzens kann dich beauskumpften hier. Also es ist genau dasselbe wie du. Das heißt, ich muss zurück zu meinem wichtigsten Ankerpunkt und dort fragen, in dieser Essenz, was kann und will und werde ich der Welt jetzt bedeuten? Und möglicherweise ist das dann ganz eine andere Manifestation. Also wenn ich gekommen bin, Kindern ein Zuhause zu geben, als SOS-Mitmensch beispielsweise, oder als SOS-Kinderdorf, dann muss ich mich 2022 fragen, und in welcher Form mache ich das heute, möglicherweise ganz anders als vor 80 Jahren, keine Ahnung. Also hier kommt dann Aristoteles und sagt, deine Berufung liegt dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Stell dir vor, deine Talente sind ein Fluss und stell dir vor, die Bedürfnisse der Zeit sind ein Fluss. Und Achtung, unter Corona-Bedingungen, unter Kriegsbedingungen, unter Krisenbedingungen verlegt sich der Fluss der Zeit, der meandert quasi, und du hast einen anderen Schnittpunkt mit deinen Talenten. Und so kann ich mich auch fragen, okay, ich bin als Tischlerei gegründet vor 70 Jahren, was war meine Sendung? Was sind die uns innewohnenden Talente als Unternehmen? Und wo kann man die heutzutage brauchen? Und möglicherweise hupft dann was anderes aus, was Tischlerei 2.0 ist, I don't know, aber das muss man dann, da würde ich nichts vorgeben wollen, weil es die Fantasie schon wieder blockiert, sondern nur die Fragestellung, was kann ich gut, was mache ich gern? Das ist der Hinweis auf die Talente, und wo kann man das heutzutage brauchen? Nicht am selben Ort wie vor fünf Jahren, möglicherweise. Ja, was auch immer es sein mag, und so wird es, genau, und so wird es meiner Sichtweise jedes Unternehmen wie zu einem lebendigen Wesen. Ja, total. Und das ist das. Victor Frankl würde sagen, weg vom Warum, also warum passiert die Krise mir, da waren vier Konzentrationslagern inhaftiert und hat rundherum sind gestorben, das war die normale Tagesordnung, und das Warum, man sagt, er hätte mich in diese grobe Problemspirale gebracht, auch in die Opferhaltung. Warum gerade ich? Ja, jetzt das vierte Lager. Wozu? Also er stellt eine Frage, die ihn konstruktiv, produktiv macht. Und er hat sich genähert von der Vorstellung, ich werde auf allen Kontinenten in Universitätshöherzellen lernen, was ich hier gelernt habe über den Menschen in diesen Lagerstraßen. Und das hat ihn am Leben gehalten, das Wozu. Und das hat aber schon einen Zug gehabt in ein Bild der Zukunft. Also auch der Otto Schama sagt dann, die Theory U, MIT, leading from the future as it emerges. Also einerseits gut verankert seinem Hier und Jetzt, sich dann aber ziehen zu lassen von einem Bild der Zukunft und nicht so sehr in der Krise nach hinten schauen und sagen, am besten noch die Schuldfrage wälzen, jahrelang und die Opferhaltung. Die hält dich in der Opferrolle und in der Kraftlosigkeit. Und finde ich spannend, dieses Wo zieht es mich hin, dieser Zug, der da entsteht. Und aus dem heraus entsteht, aus meinem Blickwinkel, aus meiner Perspektive wiederum sowas wie ein Magnetismus. Also wir sind dann sogar weg von dieser Sogwirkung, die immer beschrieben wird. Oder nochmal früher, wie es war, wir schauen, wie wir möglichst gute Abhängigkeiten in Firmen und Organisationen kreieren. Aber wir müssen auch keinen Sog mehr erzeugen, sondern das ist ein natürlicher Magnetismus. Es kommt alles auf dich zu dann. Du musst nur, die Fülle des Lebens kommt dann auf dich zu. Du brauchst allerdings die Kraft und die Aufrichtung, deswegen musst du immer wieder in die Aufrichtung gehen, zu entscheiden. Aus der Fülle des Lebens die Einladungen zu sortieren. Also nicht mehr auf den Berg gehen mit der Stoppuhr, die sind zwar schneller oben, aber sehen all die Einladungen des Lebens nicht, sondern all die Einladungen des Lebens sehen, Achtung, da ist eine Toterblume, die zum Verweilen einlädt, Achtung, da ist die Barbara, die mich einlädt mitzugehen, da ist ein alternativer Gipfel der Lok, da ist der Adler, der singt. Ich muss dann aber immer entscheiden, widme ich mich dem oder nicht. Aber die Fülle des Lebens kommt, wenn ich, also ich habe ein Zukunftsbild und lasse es auch schon wieder los, weil es mich eh zieht und das ermöglicht mir dann, mich in der Fülle der Einladungen des Lebens schöpfen zu lassen. Dafür sind wir aber wieder, Georg, bei dem Punkt, wo ich die Entscheidungsfähigkeit brauche. Weil wenn ich diese nicht habe, deswegen ist Selbstfürsorge für uns so wichtig in Zeiten der Krise, weil ohne Selbstfürsorge bin ich nicht entscheidungsfähig. Wenn ich allerdings hier in der Kraft bin, kann ich entscheiden. Und dann kommt auch automatisch, weil manche sagen, das ist aber sehr egoistisch oder egozentrisch, nein, nein, naturgesetzlich, als soziales Wesen, wenn wir eben gut in der Selbstfürsorge sind, erwacht automatisch auch der Wunsch, Fürsorge zu übernehmen für andere und eben soziale Verantwortung zu übernehmen, in Familie, im Beruf, in Vereinen, in Kultur, Politik, wo auch immer, Skiverein. Ja, ich glaube, da braucht man aber, Matthias, den fühlenden Teil in uns, um das wahrzunehmen, Zusammenhänge auch zu verstehen. Weil ich finde jetzt die Zugänge interessant, aber sehr theoretisch. Ich sage mir immer als Praktiker, wie sehr geht es? Wie setzen wir das um? Wie schaffen wir uns ein schönes Leben? Wir haben es selber in der Hand. Wenn wir jetzt bei den Unternehmern bleiben, wir haben 450.000. Wenn wir nur einmal 20% nehmen, sind 90.000, wenn die die Zusammenhänge verstehen, die ein größeres Interesse haben, die investieren. Weil das mit der schwarzen Kugel, ich sage einmal 99%, diese Kugel ist eine Illusion. Das ist keine Angst, die ist in mir entstanden. Und vor allem, glaube ich, auch deshalb, Matthias, weil wir im Kopf alle miteinander krank sind. Wir haben eine Perspektive immer in Bedrohung, das Leben ist lebensgefährlich, sollte man uns damit abfinden. Und wenn wir den Fokus wirklich auf Lösungen richten, und wir haben es erlebt, die Laura ist da, die Lise ist da, das ist, wir haben denen gar keinen Raum gegeben. Wir haben immer geschaut, was kann ein nächster sinnvoller Schritt sein. Und dieses wirklich Lösungsdenken, das, glaube ich, haben wir verlernt. Und das wäre, glaube ich, die ganz, ganz große Chance, dass es leichter wird. Wir haben in der Ökonomie der Menschlichkeit Freude, Leichtigkeit, Vertrauen als Kennwörter. Wenn du heute den Unternehmer fragst, ja, Freude, Leichtigkeit, Vertrauen wäre schön, aber. Und dann sieht er wieder sich isoliert, was soll ich denn schon machen? Wir sind die Größten. Wir haben 35.000 Ladengeschäfte. Die haben wir riesige Macht. Und dieser Rahmen der Ökonomie der Menschlichkeit, da können wir uns zu haben. Das ist aber eine wahrhaftige Geschichte. Und Wahrhaftigkeit kommt auch von Felix Gottwald, weil da zeige ich dann ganz transparent, wo kommen meine Ressourcen her, wie verarbeite ich das, wer steht dahinter. Und wenn wir so ehrlich sind und uns das trauen, das zu zeigen, haben wir eine riesige Chance. Warum? Weil auf einmal der Konsument, der im Moment großteils nicht im Sinne der österreichischen Wirtschaft handelt und in der großen Industrie und permanent Informationen kriegt, auf einmal Informationen geliefert kriegt, wo er Zusammenhänge versteht. Und das, glaube ich, ist die große Herausforderung. Und wenn uns das gelingt, einfach auch wieder sagen, was ist dahinter. Das ist oft überhaupt nicht ehrlich. Ich habe jetzt gelesen, weil wir haben einen tollen Bierbrauer, dass in ein Bier Plastik keine kommt, weil es dann länger hält. Wer weiß denn das? Und das sind die Sachen, wo ich mir sage, hey Freunde, wir kriegen was präsentiert vom Marketing, das ist nicht wahrhaftig, das ist nicht ehrlich ist. Und wie schaffen wir jetzt den Umschwung? Und das wäre jetzt über die Vielfalt, über jeden Einzelnen, über wirklich Zehntausende. Zehntausende und dann tut sich was. Und dann haben wir auch ein förderliches Feld, das uns nähert, das uns aufbaut, wo ich Raum gebe, wo ich beim Matthias bleibe, wo ich wirklich hinhöre. Wir dürfen, glaube ich, ganz viel in diese Richtung wieder lernen. Und da hätte ich wirklich den großen Wunsch in der halben Stunde, Matthias, Barbara, dass wir mal sagen, wie können wir ganz ermutigt rausgehen und sagen, so, und jetzt gehen wir so. Barbara, was sagst du? Ich soll starten. Wie wir ermutigt rausgehen können, war das die Frage, Georg? Eine der Fragen, waren viele. Ja, genau. Wir können aus meinem Blickwinkel und aus meiner Sichtweise dann ermutigt rausgehen, wenn jeder sich jetzt den Mut findet, das Herz zu öffnen für das, was da gesprochen wird. Und wenn der Mut da ist, dem zu folgen und dem zu gehen, auch im Unternehmen, da bin ich ganz bei dir, Matthias, wie du gesagt hast, dieses letzte, vorletzte Buch, das du geschrieben hast, dieser Weg zurück zu sich selber. Wenn ich bei mir selber angekommen bin, bin ich in der Lage, meine Stimme zu hören. Wenn das Unternehmen bei sich selber ankommt, ist es in der Lage, diese eigene Unternehmensstimme zu hören. Wie zeigt sich diese Stimme? Die zeigt sich in der Stimmung des Unternehmens. Da ist dann die Stimmung des Mitarbeiters, des Unternehmens, wie tönt es denn nach außen? Das, was in innen an Stimme da ist, tönt auch im Unternehmen. Nimmt jeder ganz, ganz viel mit. Ja, wir ticken da sehr ähnlich, Barbara. Ich glaube, dass es, also die, das Tun, idealerweise soll von diesem inneren Ort gespeist werden. Die oder der Ingo, ich nehme an die Ingo, die postet da ein paar Sachen in den Chat und sagt auch, es geht um Bewusstseinsarbeit. Das ist eine ganz starke Haltungsfrage meines Erachtens. Und wir sollen eben nicht aktionistisch werden und einfach tun um des Tuns willen. Das sind wir ein bisschen verleitet, wir Kinder des Westens. Das lieben wir im Westen. So ein bisschen Holz hacken und klare Ergebnisse. Wir Männer noch mehr. Erst nachher fragen wir, haben wir überhaupt eine Holzheizung? Sondern eben diesen inneren Ort in Klarheit bringen. Berufung ist ein großes Wort. Es fängt einmal damit an, dass ich sage, was sind eben meine Talente? Deswegen, es geht um Potenzialorientierung. Deswegen, wenn du sagst, wir sind krank, das hat ein bisschen mit unserem Bildungssystem zu tun. Oder ein bisschen viel. Dass wir Siebenjährige beauskumpften, wo sie ungenügend sind. Wir geben sie sogar amtlich mit. Und glauben, das macht nichts mit einem Achtjährigen. Wenn wir sagen, alle ganze Klasse her schauen, da ist die Elisabeth und die ist nicht genügend. Die hat einen Knick für ihr ganzes Leben. Und deswegen will sie vor allem keine Fehler mehr machen. Und wenn dann die Johanna daneben lacht, dann richtet man ihr aus, du bist nicht genügend in Mathe und Deutsch. Und da alle daneben sowieso die Debatten halten, weil Türkenkinder, das wird in Deutsch bis zum Lebensende nichts mehr mit dir. Und das und dann ist die Frage, wo sind deine Talente und die Bedürfnisse der Zeit? Und da sind 15-Jährige, die sagen, die Frage, wo sind meine Talente, hat man noch nie mehr gestellt in den letzten 15 Jahren? Das heißt, der erste Punkt für das konkrete Turn wäre die Frage für jeden von uns, dass man beim nächsten Schaumbad oder am Sitzen, am Inn oder wo auch immer darauf meditieren, wo sind meine Talente? Wo sind meine Leidenschaften? Und dann die nächste Frage Ich bestelle es dann später. Eine Minute, sondern später. Da soll man sich Zeit lassen, wo kann man die heutzutage brauchen? Und dann, und zwar bei den Talenten, nicht nur mit dem Kopf hindenken, sondern mit dem Herzen hinspüren. Was hat mich erfüllt, auch als Jugendlicher, bevor der Häuselkredit da war und die zwei Kinder und mit all den Sachzwängen des Lebens, auch eine Form der Erfüllung natürlich. Und dann die großen Dinge, Berufsentscheidungen, wen heiraten oder was auch immer, sollte man nie mit dem Kopf machen. Weil der Kopf macht immer Stricherlisten und ewig und immer mit dem Herz und mit dem Bauch. Intuition und Herzintelligenz. Matthias, Frage Potenzialentfaltung. Es gibt Unternehmer, die sagen, Mitarbeiter finden, ist schwieriger wie Kunden. Hotellerie extrem. Wir haben, unser Branchensprecher ist der schwarzere Saal Mürming, oberhalb von Innsbruck. Katharina Birktl, die haben kein Thema oder kaum. Warum? Weil die Mitarbeiter dort in erinnern genommen werden und sagen, wo ist dein Potenzial? Wir schauen, wo bist du richtig? Du bist Gastgeber, Gastgeberinnen. Das ist eine Begleitung, das ist ein richtiges Ineinanderwirken und da ist nicht einer nur angestellt. Absolut. Das, glaube ich, sind die leuchtenden Beispiele und wir wollen in der Hotellerie zur nachhaltigsten Tourismusdestination der Welt werden. Da gibt es von Kösting einen Masterplan. Einen ganz tollen, das ist alles Papier und das zu befüllen, das ist die Chance und da brauchen wir in Begegnungsräumen, da brauchen wir wirkliches Ineinanderwirken und was wir öfter hören ist, wenn wir uns austauschen, auch online, ich fühle mich da so wohl, das ist irgendein Verstanden werden, was immer und das ist jetzt erst der Anfang und wir haben im Spital an der Trau um die 80 Leute gehabt beim Finale und das ist absolut unbeschreiblich, nur wir kennen es, glaube ich, einen Otter Schamer, hast du ja ein paar Mal zitiert und ich kenne einen, der hat das Buch begeistert gelesen und Otter Schamer ist die Lösung und am Schluss war er zutiefst frustriert, weil es dann um die Umsetzung gegangen ist und natürlich das, was noch nicht ist, kann ich noch nicht beschreiben, auch einen Otter Schamer nicht und das ist das, was wir aber jetzt auf der anderen Seite kreieren können. Was auch noch interessant ist, das Thema Wachstum, Barbara hat eingeladen zu einer Aufstellung und ich habe gesagt, ja, Wachstum ist wichtig, Freiheit, finanzielle Fülle und Wachstum und Wachstum war total blockiert und die Dame, die das aufgestellt hat, hat gesagt, nein, ich fühle mich da überhaupt nicht wohl und wir sind dann auf ein Ende gekommen, dass jetzt um ein ganz anderes Wachstum geht, um das innerliche Wachstum und das reflektiert nach außen. Wir dürfen wirklich als Mensch diese ganzen Traumata und Dinge, die wir erlebt haben, dürfen wir ganz einfach lösen und dann können wir in eine Dynamik und Gerald Hüther, einer unserer Geburtshelfer, sagt, ja, wir können wachsen, aber durch ein anderes Miteinander, dass wir anders miteinander umgehen und das, da dürfen wir uns einlassen, wir dürfen, glaube ich, ehrlicher reflektieren und das ist, glaube ich, die ganz spannende Chance, auch wenn wir was sagen dürfen und das haben wir im Team, und ich sage, ich nehme das so wahr, dass man das nicht als Verletzung oder Angriff sieht, sondern einfach rein als Wahrnehmung und so können wir lernen und dieses Feld, glaube ich, ist so entscheidend wichtig, dass wir das eröffnen und sich da wirklich einlassen und aus diesen Alltagsroutinen und aus dieser Masseninformation sich wirklich lösen und ein eigenes Kreationsfeld schaffen und ich denke mir, wenn in der Früh so eine tolle Nachricht von irgendeiner Info kommt, die ermutigend ist und so der Tag dann weitergeht, wir haben es selber in der Hand und das ist, da bin ich jetzt schon ein bisschen ungeduldig, weil ich spüre, wir sind schon dort, aber im Außen zeigt sich das überhaupt noch nicht, das ist jetzt wirklich wie eine Neugeburt. Ich glaube, dass es sich an vielen Orten zeigt und an manchen halt nicht, also ich glaube auch, natürlich Fachkräftemangel sehe ich alles, auf der anderen Seite, wenn ich etwas mache, auch unternehmerisch, das vom Herzen geführt ist, dann werden mir Leute zuströmen, weil die erkennen authentisch Wahrhaftigkeit hier und die sagen, das trifft, da bin ich berührt, das ist auch mein Herzblut und natürlich ist die Sehnsucht, was ist es jetzt genau in meinem Leben, aber das kann jede und jeder nur selbst beantworten, also weil dann auch manche sagen, auch beim Buch, sei Pilot, Pilotin deines Lebens, da steht regelmäßig Anna Yusdal dann auf und sagt, ja das ist aber was für dich oder für Studierte oder für den Marcel Hirsch und dich, die die Hosen voll haben zum Stinken, ich sage, na na, erstens, ich tue da fleißig meinen Häuselkredit abzahlen, bin da lang als fertig, also das ist das eine, aber das andere, es ist für jeden Menschen, das ist, die Heldin in meinem Buch, sei Pilotin deines Lebens, ist die Pia und die Pia ist Tochter von zwei Elternteilen, die einen kleinen Gastrobetrieb haben und die Pia natürlich in eine Gastrolehre schickt und daran ist nichts falsch grundsätzlich, nur dass es nicht die Berufung der Pia war und dass sie nicht gefragt haben, was ist deren Talent und was ist deren Bedürfnis, was ist deren Leidenschaft, sondern wenn halt zwei Elternteile auf dir knien mit 14, dann bist du relativ rasch Passagierin der Erwartungen deiner Eltern, weil mit 14 da wärst du nicht gegen beide. So, was hat die Pia gemacht? Die hat mir die Haar geschnitten, Mitte 20 quasi, sage ich, aber du bist nicht in der Gastro, du bist ja was anders geworden, sage ich, wie ist jetzt, und sie hat so gestrahlt, sage ich, du liebst deinen Job, Friseurin, sagt sie, ja, wie ist das gelaufen, ich schreibe dir ein Buch über Berufung, und erzähl, das war so, also ich habe dann die Lehre gemacht, Gastro, und dann gab es den Tag, da bin ich heimgekommen mit dem Abschlusszeugnis, habe den auf den Tisch gelegt, den Wisch, und habe gesagt, das ist meine Gastrolehre, die habe ich heute abgeschlossen, und übrigens, das ist mein Lehrvertrag als Friseurlehrling, und sie sagt, weißt du, ich habe bei den schulpraktischen Tagen schon gespürt, und das ist eben nicht im Kopf, im Herzen, ich habe gespürt, es gibt nichts Größeres für mich, als die Haare zusammenzukehren in einem Friseursalon, wo 98% oder 99%, das ist das Letzte für mich, keine Ahnung, aber wir sollen das nicht bewerten, sondern sie hat gespürt, hier ist ihre Leidenschaft, hier ist ihr Talent, ich habe am liebsten meine Freundinnen frisiert und geschminkt, das habe ich geliebt, und ich liebe es heute, wenn Männer oder Frauen rausgehen, und beim Ausgehen noch mal sich umtränen, ein Grinser im Gesicht habe, und ich weiß, ich habe einen Beitrag geleistet, dass sie heute eine Freude haben, und an dem Tag ist sie von der Passagierin der Erwartungen ihrer Eltern zur Pilotin ihres Lebens geworden, mit 17 oder 18, und wenn es die Pia kann, mit 18, kann es jeder von uns, dann gibt es keine Ausrede, und ich kann es mit, dann habe ich diese Fakabschau gemacht, für Puls 4, und da kommt der Wolfram, 72, da sage ich Wolfram, da erzählst du deine Geschichte, übrigens, mir gelingt auch nicht alles, diese Fakabschau haben sie abgesetzt, weil ich schlechte Quote gehabt habe, oder wir, aber wenn du dich neuer findest, mit 40, 45, 50, gelingt dir nicht alles, du bist Lehrling noch einmal, und du darfst auch lernen, und es darf auch möglicherweise nicht in der Meisterschaft enden, du musst dir besuchen, also die Schichtung 4, Form geben, Prototyping, Prototypen machen, und der Wolfram, da zählt, wie ist das bei dir, was machst du, und er sagt, ich habe mit 70 einen Schlaganfall gehabt, halbseitig gelähmt, konnte mich nicht mehr bücken, nicht einmal mehr Gartenarbeit machen, und er dachte, das ist vorbei, und dann habe ich mich erinnert, sagt der Wolfram, dass ich schon als jugendlicher geliebt habe, Schauspielerei, bin im ganzen Leben nie dazugekommen, weil es war immer so viel los, und dann habe ich mich beworben, als Nebendarsteller, als Komparse, und jetzt war er 72, und in diesen zwei Jahren hat er 200 Rollen, er ist heute der Edelkomparse, wird bis nach Deutschland eingeflogen, spielt dann Sandler, oder sonst irgendwas, das ist Pilot des Lebens mit 70, auf Basis eines Schlaganfalls, und wenn es die Bier kann, mit 17, 18, und der Wolfram mit 70, bei Schlaganfall, dann können wir es alle dazwischen auch, wir können uns bewusst neu erfinden, wir sind schöpferische Wesen, und sollten uns dabei eben von der Intuition, Bauchintelligenz und der Herzintelligenz leiten lassen, und um die zu hören, und die zu verstehen, brauchen wir Ruhe, weil wir haben es in der Schule nicht gelernt, wir brauchen den Rückzug, wir brauchen das Innehalten, das Wahrnehmen, das Bewusstwerden, und dann müssen wir das Schichtung 1, bewusst werden, und wenn wir die haben, dann gehen wir nicht sofort ins Tun, sondern dann gehen wir zuerst ins Loslassen, wir sind alle so angefüllt, mit Dingen, dass meine Empfehlung ist, zuerst die Hand ein Stück weit freizumachen, nur die leere Hand kann empfangen, oder teilweise leere, wir müssen irgendwas anderes loslassen, wenn wir uns neu erfinden wollen, und dann gehen wir immer noch nicht ins Tun, sondern dann gehen wir in die Verbindung mit unserem inneren Ort, Schichtung 3, was ist die Essenz meiner Wesenheit, was will ich, dass einmal die Leute an meinem Grab sagen, der Norbert, der ist gesteilt, der Norbert hat 2020 das dritte Paar goldenes Knickers gekauft, interessiert keinen Menschen, im Angesicht des Abgangs, sondern der Norbert, der war ein wunderbarer, was auch immer, was hat der manifestiert im Leben, war ein wunderbarer Vater, oder war ein großartiger Obmann des Bienenzüchtervereins, oder war ein Heimatdichter, der uns alle berührt hat, was soll auf deinem Grabstein stehen, wenn nur ein Satz Platz hat, das führt dich in diese Dreierschichtung, schon im Übergang zur Vierer, zur Formgebung, und dann in die Meisterschaft. Matthias, die Frage stellen Sie nur sehr wenig, und wenn Sie sich stellen, wie setzen Sie es um, ich glaube eine schöne Verbindung, Martin Bortenschlager hat geschrieben, ich weiß zwar jetzt nicht auf was bezogen, ich habe gerade Gänsehaut bei diesen Aussagen, das ist glaube ich wirklich der Weg für die Zukunft, oft reicht es ja Räume zu schaffen, und das ist für mich der ganz entscheidende Punkt, der Raum, wenn wir den uns selbst geben, einen inneren Raum für was Neues, und im Außen, dann kann wirklich was entstehen, und wenn das jetzt ein gemeinsames Anliegen wäre, wo wir sagen, wie findet man Wirtschaft neu, wie zeigen wir Menschlichkeit, wie schaffen wir Räume, mit all diesen Herausforderungen, die wir haben, weil es ist ja interessant, bei der Wanderung ist oft gekommen, ich würde ja gerne, aber, ich muss, immer ich muss, und dann haben wir ein paar Unternehmer, der Andreas Sedal ist da, oder wie immer Stefan, die haben einfach gesagt, ich tue, und das war keine analytische Entscheidung, sondern die war aus dem Herzen, und die war dann so bereichernd, und wie schaffen wir das wirklich aus diesem Gefängnis, aus dem täglichen auszubrechen, in eine neue Richtung, und es geht um Co-Kreation auch bei dem Ganzen, und uns fragen oft Unternehmer, was macht ihr denn genau, und dann sage ich, hey, wir kreieren gemeinsam, und du bist gerade am Bord gekommen, und wirst wissen, was wir kreieren, wo wir noch gar nicht gesprochen haben drüber, das ist total anstrengend, aber es gibt einen kleinen Teil, da macht es riesigen Spaß, weil die spüren, die fühlen, und wenn wir zu einem fühlenden Denker werden, dann haben wir es geschafft, aber da ist jetzt definitiv Zeit, und da sind so viele Freigeister, so viele interessante Leute in dem Zoom, schauen wir einfach, dass wir schöpfen, wir werden auch dann im Nachgang, und werde ich den Niklas bitten, wir haben so eine Datenbank, Ideen einfach einmal sammeln, alles einbringen, echter, es darf ein Dynamik entstehen, ich habe über die zehn Jahre, wo ich jetzt unterwegs bin mit dem Netzwerk, so viele Menschen kennengelernt, die was initiiert haben, die was gemacht haben, aber es ist halt immer wieder ganz was Kleines, zum hundertsten Mal neben anderen, und es darf uns jetzt gelingen, dass wir was Großes, Gemeinsames machen, und wenn wir die Menschlichkeit oben hinstellen, wirklich, wir wollen Mensch sein, wir wollen ein gutes Leben haben, das ist ja das, was wir wollen, und wir hatschen herum, sind egoistisch, dann Dinge, die überhaupt nicht den Kreislauf dienen, wissen oft nicht, was passiert im Hintergrund, und diese Transparenz, wenn wir sagen, dann haben wir wirklich eine Chance, und Matthias, du hast enorm viel Kraft, da wirklich auch mit deinem Buch, ein Wegbereiter, in eine wirklich neue Zukunft zu sein, und Gerald Hüther, da hat gesagt, ich habe es mit Kindern probiert, Zivilgesellschaft, ich bin zutiefst überzeugt, der Wandel geht nur über die Wirtschaft, warum, weil die muss ich neu erfinden, sonst ist sie nicht mehr da, und desto größer die Schmerzen sind, desto größer die Chancen, Schmerzen sind jetzt groß, jetzt nutzen wir einfach in dem Sinne die Chancen, und da ist jetzt definitiv Zeit, und wenn du jetzt in den 5 Minuten nochmal Matthias, oder du vielleicht Barbara gemeinsam mit Matthias, jetzt sagst, ja was tun wir denn konkret, mir ist das immer so wichtig, dass man dann was hat, wo wir sagen, okay, und jetzt sind wir einen Schritt weiter, ich will das sehen, ich will das sehen im Außen, dass ich was getan habe, dass wieder Unternehmer erfreut sind, die was Neues kreiert haben, wie immer, das Konkrete brauchen wir. Barbara, lasse ich dich vor, Hilda. Es ist immer nett, dass du mich vorlässt. Ich will dich nicht bedrängen. Ich will dich nicht bedrängen. Also zum einen, du wünschst dir was Konkretes, Georg, lies den Chat, was da in diesem Moment drinnen ist, und was da jetzt in diesen letzten 50 Minuten entstehen hat dürfen. Und jeder dieser Menschen, die da mit dabei war, nimmt sich was mit, tragt es weiter, genau in dem richtigen Tempo, in der richtigen Zeit, was es gibt, und ich mag Lösungen, aber gleichzeitig bin ich ein Riesenfan von Prozessen, weil von Prozessen, da lebe ich was, da gehe ich Schritt für Schritt, da gehe ich weiter. Und ich bin niemand für schnelle Lösungen, sondern es ist ein Prozess, das ist Leben. Da stirbt was, da wird was Neues geboren, da ist dieses Loslassen, ich bezeichne dieses Loslassen sogar oft als Sterben, weil das ist Teil dessen, wie wir wirklich auf diese Welt kommen. Das Geborenwerden heißt gleichzeitig, da stirbt da was. Und am Ende des Lebens sterbe ich, und es wird gleichzeitig was Neues geboren. Und das ist das, was für mich immer wieder ineinander greifen darf. Und nein, ich habe kein konkretes Rezept, denn dieses Rezept, das da immer die Sehnsucht danach da ist, dass das Sicherheit gibt, behindert uns. Sondern jeder findet selber sein eigenes. Dieses Wasser ist mit seinem Unternehmen und die Ökonomie der Menschlichkeit schafft für mich genau diesen wunderbaren und kraftvollen Raum, der immer noch wächst, am Wachsen ist und immer größer wird. Das ist das Entfalten. Ich habe jetzt gestern, irgendwie die Tage war ich unterwegs und habe einen Farm gesehen, der noch ganz eingerollt ist. Dieses Bild, dieses eingerollten Farmes, der dann da herauswächst und sich entfaltet. Und das ist es für mich. Dieses Entfalten von einem Unternehmen, dieses Entfalten von den Menschen und dieses Entfalten der Ökonomie, der Menschlichkeit. Und aus meiner Perspektive geht es gar nicht konkreter. Matthias, jetzt habe ich recht viel reden. Dein Interview. Ja, auch wieder denselben Ansatzpunkt. Ich habe in den Chat hinein die Links gegeben, auch von diesem Modell, diesen fünf Schichtungen der Entfaltung. Das ist ein systemisch integrales Modell. Das heißt, kein sequenzielles, im Sinne von erster Schritt, dann ist er vorbei, zweiter, sondern diese fünf Schichtungen sind alle Zeit gleichzeitig in uns aktiv. Aber es gibt eine, wo ich gerade, wo die Musi spielt. So wie beim dritten Jahresring vom Baum, es sind ja auch nicht die anderen zwei tot, sondern die Musi spielt den dritten. Und ich würde sagen, wenn es konkret sein soll, dann lade ich jede und jeden ein, in diese erste Schichtung des Innehalten, Wahrnehmen, Bewusstwerden. Also, dass der Heimo und dass die Irmgard und der Arwin und die Angelika jeder sich vielleicht heute Abend fünf Minuten oder eine Stunde oder zwei Stunden in einem Waldspaziergang Zeit nimmt und sich vorstellt, da vorne draußen ist ein Helikopter, der auf dich wartet, der ist ja zweineutral und völlig geraschlos und mit dem steigst du auf und der kommt weit über dir zu stehen und dann kannst du dir mitnehmen in den Wald oder ins Schaumbad und wenn du in dem Helikopter bist, völlig alleine und in Ruhe, dann schau aus, es ist völlig sicher und schau in dein Leben runter und und widme dich einfach der Frage, was ist, was ist in dem Leben da unten von der Johanna, von der Angelika, vom Norbert. Hey, was was höre ich da unten, was sagt die, was sagt mein Mann, was sagt meine Nachbarin da, hey, was sagt mein verstorbener Papa, was sagt da meine größte Tochter, was sagt mein Hund hier, was sagt mein Rücken, mein Oberschenkel, wir alle haben sprechende Körperteile, wir hören noch nicht zu, aber so ab 45 melden sie sich dann eh, wenn wir nicht zugehört haben, zunehmend mit Diagnosen, also was sagt meine linke Hand, die da immer eingeschlafen ist in der Früh oder was sagt mein Knack, das steif ist, was spüre ich da unten, was ist an meinem Arbeitsplatz, was ist in meiner Ehe, was ist in meinem beruflichen Tun, innehalten, wahrnehmen, ins Bewusstsein kommen und von dort dann, wenn meine Erkenntnis ist, meine Ehe ist großartig, mein Rücken sagt mir, du behandelst mich super und mein Beruf ist Meisterschaft, Verkörperung, mit meinem Talenten am richtigen Platz, dann würde ich sagen, nichts ändern, heute weiter, du bist in der Meisterschaft, in einer privaten Rolle oder beruflich und wenn ich zum Bewusstsein komme, hey, eigentlich meldet sich der Rücken seit drei Jahren und jetzt kann ich ihm zuhören oder nicht, wenn ich ihm nicht zuhöre, dann kommt er wahrscheinlich mit einem Bandscheiben im Vorfeld ums Eck nächsten Monat oder nächstes Jahr oder wenn das Herz sich meldet seit vier Jahren, dann kommt es wahrscheinlich mit einem Herzinfarkt, wenn ich nicht zugehört habe, dann ist der Veränderungsimpuls eh schon da, dann gehe ich aber nicht sofort ins Tun, sondern die nächste Frage wäre eben und herzlich eingeladen hier auf den Link zu gehen für dieses fünfschichtige Modell, die nächste Stufe wäre es loslassen, was bin ich bereit loszulassen, das wäre ganz konkret, bevor wir sagen, was will ich tun, wir sind eben Kinder des Westens, tun, 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 das ist eine Obsession von uns, zuerst mache ich Platz in meinem Leben, weil erst dann kann man das Leben Einladungen schicken und bringen aus der Fülle, also die nächste Frage wäre, das wäre das Schambat am Tag drauf oder nicht so viel oder der Spaziergang, Waldspaziergang oder an die Salzach hocken, entlang der Frage, was bin ich bereit loszulassen, an Materie, an sozialen Rollen, an Gefühlen, an Beziehungen, an Glaubenssätzen, an Erwartungen, da sitzt eine 62-Jährige Ärztin bei mir im Coaching und die sagt, mein Vater hält mich für eine schlechte Ärztin, sage ich, dein Vater, dein Vater ist tot, tot, sagt sie, seit zwölf Jahren, dann sage ich, dann lass los, lass, los, lass los die Erwartungen deines toten Vaters, es ist absurd zu glauben, dass der auf der Wolke sieben hockt und sagt, bist du eine schlechte Ärztin, das sind, wir kriegen ab und zu ganz beschissene Dinge in den Rucksack unseres Lebens und manche Eltern müssen ihre Kinder klein machen, um sich selbst irgendwie größer zu machen, aber trag es nicht bis an dein Lebensende, das kostet die zwei Bypässe im Herz, wenn du es noch weiter tragst, lass los, lass los, und mitunter muss man das rituell machen, wir gehen in den Wald und verbrennen es oder setzen sie auf die Donau und schicken sie ins Schwarze Meer und da gibt es ja genügend Professionen, die dabei helfen und erst dann geht es in die dritte Schichtung, Verbindung mit meiner Essenz und auch das braucht wiederum die Assistenz der Einserschichtung, des Bewusstwerdens, da kann man Fastenwoche machen oder kann man eine Wanderung machen und auf die Frage meditieren, was ist mein Wesenskern, warum, wenn wir außerzeitliche Wesen sind, warum bin ich da auf dem Sternkopf da oben und habe nochmal gesagt, oh, jetzt mache ich das Menschlingsding da, das mache ich auf Menschenabend, das mache ich auf Adeling, acht Jahrzehnte, wir haben uns da was vorgenommen, glaube ich, das liegt nur alles im Nebel unserer fünf Sinne, also der Deal ist, wir kommen in die Endlichkeit aus der Unendlichkeit, aus der Außerzeitlichkeit, du kriegst fünf Sinne und eine Mördermaschine da am Kopf, kriegst Talente, Bedürfnisse, Gefühle und dafür vernebeln wir dir den Blick in die Unendlichkeit und wir wissen es aber immer dort, wo wir mit unserem Herzen in Verbindung sind, dort haben wir den direkten Link zum Universum, zur Unendlichkeit, deswegen, wenn du Meisterschaft, wenn du Tun dann aus diesem inneren Ort schöpfst, bist du mit der außerzeitlichen Dimension verbunden, deswegen kippen die Leute, wenn sie tatsächlich in der Meisterschaft sind, vom Herzen geführt aus Zeit und Raum und das kennt jeder von uns, das ist die Hermine, die ihre Schulkollegin trifft und die wollte einen Kaffee trinken und ihr Mann sagt, wo bist du so lang gewesen, drei Stunden, und sie sagt, wir haben die Zeit vergessen, das war Meisterschaft, wir haben kurz das Schlüsselloch der Unendlichkeit geschaut, warum, weil wir vom Herzen geführt waren in dieser herzlichen Begegnung oder der Tischler, der alles installiert, drei Schritte zurück macht und das ist Meisterschaft, die Malerin, die mit dem Pinsel verschmilzt, der Kletterer, der die Wand aufgeht und die Zeit vergisst, das ist Meisterschaft, das ist vom Herzen geführt, wir sind schöpferische Wesen, wir sind eine zutiefst schöpferische Spezies mit einem freien Willen, gedügelt von ganz vielen Sachzwängen, Trieben, Hormonen, Budgets, Erwartungen von Toten und Lebendigen offensichtlich und wir bleiben in der Essenz schöpferische Wesen, die auch einen freien Willen haben, das heißt, wir dürfen ihn nutzen, wir sind eingeladen zur Entfaltung, das ist das Abenteuer Mensch, deswegen sind wir hergekommen, Entfaltung. Deshalb sind wir wahrscheinlich auf dem Planeten, Entfaltung, das ist das, was überbleibt, Matthias, danke, was jetzt da ist, ganz, ganz stark, sind da Leute, der Martin, Bortenschlager, die Teresa, viele, viele, das war jetzt eher Monolog, das war jetzt einmal was, wo man was schildert, aber wie wäre es, wenn wir uns in dieser Runde noch einmal treffen und das wirklich aufmachen und sagen, was kreieren wir gemeinsam, dass man sich vorher einstehen, spürt, welcher Frage, welchen Teil oder welches Angebot habe, was könnte einbringen und dass dann in einer nächsten Stunde wirklich was Gemeinsames entsteht und genau das ist unser Ansatz, dass kein Konzeptgebot nur steht, sondern wir kreieren es gemeinsam. Matthias, wäre das ein Thema? Ich möchte ganz kurz dazu was sagen, es kreiert sich im Moment auf ganz vielen Ebenen bei ganz vielen Menschen ganz zeitgleich sehr, sehr viel. Das sollte man nicht unterschätzen, das ist unglaublich. Ich war jetzt eine Woche am Garten, gehalten und bin zurückgekommen und habe einen Menschen getroffen, der hat lange Zeit in der Presse gearbeitet, ein unheimlicher Typ, und der hat sich einen Bus gekauft, seine Beziehung gelassen, den Job aufgelassen, weil er einen Vertrag hat, ob er schreiben muss und was er überhaupt schreiben darf. Tatsächlich, das gibt es wirklich in der Presse. Der muss unterschreiben, was er schreiben darf. Er hat gesagt, das mag er nicht mehr. Der hat sich auch einen Solarkollektor aufmontiert und hat sich vorgenommen, nach Indien zu fahren. Und dann habe ich ihn zufällig getroffen, erzählt er mir die Geschichte und dann bin ich aus dem Reden immer rausgekommen, weil ich so viel erlebt habe und der war super, mega fasziniert, was wir da ausgerichtet haben und ich bin schon lange mit der Barbarin am Prozess, oder? Und da passieren so Sachen jetzt im Moment, dass ich draufkomme, dass einfach Ideen, die ich vor 20 Jahren gehabt habe und die völlig absurd waren für Leute, die plötzlich auf einmal nicht mehr absurd sind. Überhaupt nicht mehr. Weil mit Leuten redlich die Unternehmer sind und die sagen, das finde ich eine geile Idee. Und die erzählen von einer anderen Idee, von einer anderen Ecke aus der Wirtschaft, dass das daherkommt. Aber nicht nur von dem, was wir als alternative Wirtschaft bezeichnen, sondern vom Mainstream. Also der Mainstream, der erfindet sich in Wirklichkeit auch neu. Das heißt, im Prinzip, wenn man da auch offen bleibt, dass man zum Mainstream hin auch offen bleibt, glaube ich, ist das auch ganz wichtig. Ich wollte dich ganz gut reinführen. Gernot, wunderbarer Impuls. Das wäre jetzt genau die Idee, dass man sagt, weiterführend, wer kann was einbringen, wie können wir es schaffen. Was uns ganz wichtig ist, nicht gegen irgendwas zu wirken, sondern wirklich das, was wir wollen, ein gutes Leben einfach zu stärken. Also wirklich in die Lösung zu gehen. Und das wäre die Einladung, lassen wir es einfach einmal wirken, schauen wir mal, das war ein Impuls, der da war. Also wirklich diese vielen Schätze, die da sind, dann wirklich, dass wir in eine gemeinsame Kommunikation kommen. Vielen, vielen Dank, Barbara. Du Geschenk, wir sind ja auch übermorgen schon wieder in Kontakt. Danke dir. Da geht es um die Finalisierung unseres Traums. Matthias, danke dir. Gratulation noch einmal zu dem Buch, also wirklich die Empfehlung. Und wir haben auch bei uns an Linken eine Buchhandlung, wo die Wertschöpfung auch in Österreich bleibt, also wo nie die international bestellt wird, auch ohne Versandkosten. Und da haben wir viele, viele Bausteine, wo wir in dem Sinn wirken können. Danke euch allen, für euch auch dabei sein. Martin, Karin, die bei uns Kommunikation machen. So wunderbare Leute. Und ja, das ist das, was mich motiviert und berührt, was da jetzt passiert. Alles Liebe euch. Danke. Danke euch allen. Schönen Abend miteinander. Schönen Abend. 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 Schönen Abend.